Also, der Cedrix hat wirklich so eine besondere Gabe. Jo, man vorne, hier ist wieder euer... ...de Becks am Start! Und mal wieder zu der wache Folge... ...Koos Game mit dem Let's Channel! Oh, kennt ihr diese Leute, die sich immer so runterboosten? Das ist so schwarz. Und nein, den könnte ich bekommen, den könnte ich bekommen. Oh, nein, nein, nein! Oh, fuck! Ich töte diesen Oliver Kahn gerade. Scheiße! Ich hab ihn, ich hab ihn! Wieso hab ich eigentlich immer nur Pech? Alter, Minecraft ist so ein richtiges Kack-Game geworden! Nee, Alter, ich check das Ganze nicht. Also, ich wollte so ein Hive-YouTuber werden, aber ich pack das nicht, wenn ich nicht mal... ...wenn ich nicht mal auf Gommene-Runde gewinnen kann. Ich bin einfach nur scheiße! Blumen sind rot, Hosen sind blau. Oh, meine Mutter ist schwarz. Und ich fick ja nicht nur den Sohn! Nein! Warte, die Runde könnte ich gewinnen. Ich seh dich! Wurdest du erst richtig...